Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum dritten Türchen des Ravensburger Adventskalenders. Und gestern habe ich schon angekündigt, heute gibt es hier Platz Nummer 1, weil man hat ja hier am Ende auch eine Tabelle. Leverkusen gab es schon beim ersten Tag, beim ersten Türchen, beim zweiten Türchen hier, 1898 Darmstadt. Also ich finde die Kugeln auf jeden Fall nicht schlecht. 3D Puzzle ist mal was anderes. Es gibt ja bei mir auch noch den Magitex Adventskalender. Ja, da spare ich mir jetzt meine Meinung. Auf jeden Fall machen wir hier, oh, Ravensburger hat hier Borussia Dortmund auf den ersten Platz getan. Hier, die Dortmunder Borussen. Machen wir das Ganze auf. Alle Teilchen ausschütten. Also ich glaube, es sind immer 27 Teile an diejenigen, die es jetzt wissen wollten. Ich drehe hier alle um. Und ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal wieder eine kleine Zeitrafferaufnahme, wie ich den Ball, das 3D Puzzle, zusammenbaue. Au yeah. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Borussia Dortmund ist kompletiert worden. Das 3D Puzzle hier, BVB 09. Und wir machen Borussia Dortmund zurück auf Platz Nummer 1. So sieht das aus. Das hält hier nicht so richtig wie. Aber man kann es trotzdem noch perfekt drehen. Sehr geil. Ups, ihr seht es ja gar nicht. Leute. Jetzt seht ihr jetzt auf Platz 1 hier, Platz 9 noch Leverkusen, Platz 18. Ich denke mal, wir machen am 24. Ich denke mal, wir machen am 24. Ich denke mal, wir machen am 24. unsere Traumtabelle oder am 25. sogar als Extra-Video hier unsere Traumtabelle. So wie wir es vorstellen, beziehungsweise so wie ich es mir vorstelle. Auf jeden Fall Borussia Dortmund heute zusammen gesteckt, zusammengebaut, zusammen gepuzzelt. Das würde Tino wahrscheinlich freuen, weil Tino öffnet ja, so wie ich es mitbekommen habe, diesen Kalender nur jeden sechsten Tag. Und ja, morgen gibt es dann Türchen Nummer 4. Mal gucken, welcher Verein da drin ist, weil zum ersten Mal, also hier werden wahrscheinlich keine Vereine drin sein. Hier unten und hier oben. Also am Nikolaustag, am sechsten, da werden wir erfahren, was hier unten in den Türchen drin ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen in der Mitte. Könnt ihr mich abonnieren. Rechts daneben findet ihr nochmal die letzten zwei Adventskalender-Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tschüssi.